Kämpfer, die noch leben können, Ärger machen. Leise ausschalten und zum Boot vorarbeiten. Erledigen wir das. Was ist denn Patrouillen? Achtung, die sehen dich. Die werfen Granaten ins Wasser. Pass auf deinen Arsch auf. Die werfen. Sie sind eine Erwärmung, die anderen handelt. Sie sind in der � появ. Sie sind zurückgehebt. Sie sind zurückgehebt! Sie sind zurückgehebt. Sie sind zurückgehebt. Einer weniger. Gut gemacht, Mann. Ich bin oben. Sie scheinen sich verloren zu haben. Immer wachsam bleiben. Unter 1 an Bravo. Lagebericht. Arbeiten uns zum Boot vor und bestatten Akatala auf See. Geht so schnell wie möglich vor. Hinter dir sind Wachen. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit gehabt. Sicher alle Docks. Hier muss alle sauber sein. Sie haben dich erinnert. Sie haben dich erinnert. Sie haben dich erinnert. Erste, nimm dir das Patrouillenboot vor. Ausschalten, falls möglich. Roger. Akatala erledigt. Von denen gibt's noch mehr. Das Patrouillenboot könnte ein Problem sein. 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 Sieh mal. Das Patrouillenboot könnte ein Problem sein. 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 Erkommtами. Das Patrouillenboot könnte ein Problem sein. Also könnten sie Apollo dann ein Problem sein. Das Patrouillenboot könnte ein Problem sein. Moment. Zwei Kartellwachen am Ende der Brücke. Hab Sichtkontakt. Halte deine Waffen versteckt. Mal sehen, ob sie sich aufteilen. Glück gehabt. Einer geht. In meine Richtung. Ich folge ihm. Ich nehme den auf der Brücke. Unterwegs. Hey, langsam, Kumpel. Einer zu viel, was? Wache ausgeschaltet. Brücke ist sicher. Gute Arbeit. Bei mir sammeln. Royce Owens. Die Fracht ist menschlich. Ein VIP. Unterwegs in die USA. Wer, John? Major Hassan Ziani. Himmel. Das heißt, er ist in Mexiko. Also können wir ihn noch aufhalten? Wir müssen unseren Kartellfreund auf ein Gespräch holen. Wenn Hassan eine Rakete auch nur in die Nähe der USA bekommt, gibt es Tote. Was ist der Plan? Da sind überall Wachen bei ihm. Das Gebiet ist noch nicht erkundet. Es könnte weitere Wachen geben. Wir haben keine Zeit, die Gegend zu inspizieren, John. Wir brauchen eine Ablenkung. Ich hab eine Idee. Treffen beim Café. Gas. Gas. Du bist zu nah an der Zielperson. Geh auf Abstand. Gas. Du bist zu nah an der Zielperson. Geh auf Abstand. Nimm. Was zum Teufel ist das? Täuschgranate. Wird klappen. Zurück zur Laswa. Ziehen wir das durch. constituency? Was zum Teufel ist der Langstuhl? Was zum Feiert. Es wird immer wieder gewißig. Und die Bezutelst508. Bitteschرت, das ist ja wichtig. Anymotion? Aber das ist nicht so sehr wichtig. Was zum Teufel ist das? Wie ist das? Wird schon mal? Ich bin gut voll. In die Gasse rein. Die Wachen sind erledigt. Wir treffen uns bei der Brücke. Ich übernehme. Wir treffen uns bei der Brücke. Ich übernehme. Schnauze. Mitkommen. Watcher 1, Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Bestätigung. Hotel, hinter uns. Deckung, Sergeant. Watcher 1, wir werden geschossen. Drei Feinde südlich von uns. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Wir treffen uns bei der Brücke. Ich übernehme. Schnauze. Mitkommen. Watcher 1, Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Bestätigung. Halleluja. Alter, was ist das denn? Ich besorge Evakuierung. Wir treffen uns bei der Brücke. Ich weiß das nicht. Ich übernehme. Schnurrze, mitkommen. Watcher 1, Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Bestätigt. Kartell hinter uns. Deckung, Sergeant. Watcher 1, wir werden gefasst. Drei Feinde südlich von uns. Sicher. Gas, bring die Spritze. Spritze. Hoch mit ihm. Watcher. Zeit zu gehen. Okay, unterwegs. Und rein mit ihm. Gut gemacht. Du auch. Wir müssen wissen, wohin sie Hassan bringen und ihn abfangen. Wir wecken ihn auf und plaudern mal. Wird er reden? Ich kann sehr überzeugend sein. Ich dachte, wir wären schon Bandu. Das muss ernst sein. Ist es. Ich brauche Hilfe, Alejandro. Ich höre. Das Las Almas Kartell schmuggelt einen iranischen Terroristen über die Grenze. Laswell. Terroristen kommen nicht über die Südgrenze. Wir wissen das, Sie wissen das und genau deshalb machen Sie es. Wir müssen das verhindern. Wer ist mein Ziel? Major Hassan Siani. Okay, wann? Heute Nacht. Ich habe eine Drohne angepasst. Aber alles im Blick. Da unten tut sich was, Alejandro. Migranten sind in Wasser. Der Grenzschutz ist ausgerückt. Narcos nutzen Migranten als Ablenkung. Sie könnten gerade Hassan wegbringen. Okay. Ist das FBI involviert? Eine Stunde entfernt. Momentan liegt alles bei euch. Bereithalten. Rodolfo, vergiss diese Migranten. Das Ziel bewegt sich. Sie sind wohl in einem Boot über den Fluss. Suchen wir es. Gute Idee. Wir sind dran, Borja. Alejandro, lasst Hassan nicht über die Grenze. Verstanden, Ende. Kommt er rüber, ist das die Zuständigkeit der USA? Dann müssen wir das wohl verhindern. Sie, Coronel. Da, Nordseite. Das ist der Boot. Stopp hier. Okay, escucha. Das Kartell verlädt Hassan schnell. Wir kriegen sie noch, bevor sie drüben sind. Entendido. Die Mauer ist vor uns. Bereit machen. Das Las Almas Kartell kooperiert mit dem Iran. Das ist neu. Und wenn Hassan rüberkommt... Stimmtaktikänderung. Ich zähle vier Feinde. Ich sehe Hassan auf der Mauer. Merda. Er ist rüber. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Wir müssen eingreifen. Ja, pasó. Toma la escalera. Merda! Despejado? Despejado. Watson, das Ziel ist rüber. Er ist unter Flucht. Wir folgen ihm. Colonel, das ist nicht ratsam. Sie haben dort weder eine Vollmacht noch Personal. Ich weiß. Machen Sie dem FBI Druck und kontaktieren Sie die örtliche Polizei. Ende. Sichtkontakt! Negativo. Er ist weg. Dann verfolgen wir ihn. Na los. Das Kartell wird ihn zu einem Lagerhaus in der Stadt bringen. Wir müssen es finden. Roger. Hassan hat hier mehr Freunde als wir. Pass auf. Hey! Raus aus meinem Garten! Verdammt! Wir sind mit dem Masse, Gringo. Wir sind mit dem Masse, Gringo. Wir sind mit dem Masse. Das Wasser will hier entlang. Komm! Da draußen ist jemand. Diese Bichser. Wir sind mit dem Masse. Wir sind mit dem Masse. Wir sind mit dem Masse. Geh an die Tür. Hier wohnen Leute und wir gehören nicht hierher. Spezialeinheit! Spezialeinheit! Runter mit der Waffe! Treten Sie zurück! Okay, nicht schießen! Die Männer, die hier durchkommen, wo sind die Kinder? Die sind da! Wölfe, los geht's! Watch it! Wir sind in der... Verstanden, ich schicke die örtliche Polizei. Beugen, wir sind vorhin da! Beugen, los geht's! Kartell-Matton! Oh, die haben wir uns. Verstanden, ich schicke die örtliche Polizei. Beugen, wir sind da vorhin da! Beugen, los geht's! Kartell-Patrouillier! Schalt es hier! Alles klar! Alles klar! Das ist mir halt da! Schau, sie sind da lang. Alles klar? Es ist nichts. Und du? Alles gut. Pferdors! Pferdors! Hassan, könnte alleine sein. Nicht lange. Spezialenheit runter! Zum Teufel! Verschwindet aus meinem Haus! Ich will dir nichts tun! Ich suche jemand anderen! Araberga! Bewache sie! Der Mann, der eben hier durchkam. Wo ist der? Ah, Merda! Roger, schicken Sie Hilfe! Ein Zivilist ist verletzt. Roger, in welches Haus ist das Ziel? Fang mit den zweistöckigen Blauen an! Por qué? Das Überwachungslicht ist gerade ausgeblieben. Auf alle Polizei! Lasst mal Antwort gehalten! Die scheiß Waffenfallen lassen! Tu einfach, was sie sagen! Wir erklären das! Oder ich knall dich ab! Kapiert? Vortreten! Ich will deine leeren Hände über dem Kopf sehen! Ich hab kein Problem damit, dich zu erschießen! Colonel Alejandro Vargas, Spezialenheit! Wir verfolgen eine Terroristin! Gomez, warte! Das sind ihre Leute! Ist schwierig, euch vom Kartell zu unterscheiden! Wo ist euer Verdächt? Wir haben ihn schon ausverfolgt! Wir müssen los! Wir kommen noch zwei! Greif an, wenn sie nah genug sind! Ich versperre die Ausgänge! Wir kommen noch zwei! Kiervo, Policía! ¡No disparen! ¡No disparen! Kiervo, Policía! Kiervo, Policía! Verbrennt alles! Weißt du, wer ich bin? Du bist ein Terrorist, Pendejo. Ich bin Soldat. Und hier, um zu kämpfen? Nein! Lass ihn brennen, wie Gorbrani brannte. Hey, ich seh rauf! Wie ist dein Status? Gorolfo! Ich geh jetzt rein! Koronell nicht. Ich komme nicht raus. Gorolfo, wo bist du? Hör zu! Hassan ist nicht hier. Wie es aussieht, bringen Sie ihn weg. Rudy! Etwas überquert den Atlantik. Es ist ein Schiff. Es liefert irgendwas. Freut euch, Bruder! Ich schaue dich! Ich schaue dich! Hassan steht wieder in Las Almas unter Kartellschutz. Mexikanische Spezialeinheiten haben bestätigt. Hassan schafft was Großes Richtung US. Es könnten Container mit Raketen sein. Wir wissen nicht wie viele. Und kennen die Ziele nicht. Deswegen müssen wir Hassan fangen und zum Verhör bringen. Wir schicken Soap und Ghost mit der nötigen Unterstützung. Um sich den mexikanischen Spezialeinheiten anzuschließen. Wir können keinen Krieg in Mexiko starten, General. Natürlich nicht. Ich beauftrage Philip Graves und seine Shadow Company seltener als Unterstützung. Mit ihren Einsatzregeln können wir das leichter durchziehen. Verstanden, Sir. Finden wir Hassan. Alejandro! Salzen MacDavis! Nenn mich Soap! Lieutenant! Lasch mal sagt, alles sage ein Ghost! Eigentlich glaube ich, es wäre ihm lieber, wenn... Das ist genug! Willkommen in der Santa Zellen! Ich war noch nie in Mexiko. Das ist nicht Mexico! Das sind Las Almas. Shepards Auftragnehmer kommen als Verstärkung. Sie bringen Hardware. Sie brauchen Platz. Meine Basis gehört euch. Gut. Wo ist Hassan? Kartellunterschlupf. Zehn Kilometer. Steigt ein. Komm! 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 Das ist mein Steilvertreter, Sargent Major Rodolfo Parra. Ich habe Angst, die Fantasmas. Kannst du Spanis? Nein. Das wirst du. Was ist der Truck für Bewaffnete? Hey, hey, tranquilo. Reus, das ist normal hier. Waffen auf der Straße sind Sache der Polizei. Wo ist die Polizei? Nun, Las Almas hat ein ernsthaftes Problem. Nur noch wenige hier vertreten das Gesetz und wer sich gegen die Korruption stellt, verschwindet. Was ist mit dem Militär? Unsere Ausbildung ist gut. Also rekordieren wir Narcos Soldaten. Und euch nicht? Wir sind von hier. Wir sind los Paqueros, die Cowboys. Wir lieben die Stadt. Wir würden für sie sterben. Kinderwaffen und Ballons. War was Neues. Die Narcos wollen so die Leute für sich gewinnen. Sogar die Kinder? Ganz besonders die Kinder. Was steht auf den Tüchern? Marco Mantas. Mögen es für dich. Mit deiner Maske hast du gut hier reinkaufst. Oje, kall mal da. Kontrollpunkt von der Armee. Nach rechts. Wir weichen uns. Wieso? Einige Truppen gehören zu LC Nombre. Wie ich sagte, er ist überall. Der warst den Hassan in ein Dorf hinter dem Fluss. Hoffentlich ist er da. Wo halten sie denn Hassan? Weißer zweistöke Gerbau am Stadtrand. Guter Ort, um Hassan unterzubringen. Begum. Begum. Alle, Mr. Schwartz Rucker. Copial. Hei, dig lau. Vorbeeren. Reepare. Tolmö. Du bist du mein Mann,acyl. Geheimnis für die Mannschaft. Das ist der Mannschaft. Das ist der Mannschaft. Das Kautel wird ihn schnell wegschaffen. Dann sind wir schneller. Nimm die Tür. Achtung. Sie sind bereit. Rechts. Ungesichert. Kein Anzeichen von Hassan. Sicher. Was ist mit den Familien hier passiert? Das Kautel bringt ihn rein. Und sie fliehen. Wartet ist bereit. Warte. Victor Dos, ese es uno uno. Despliega Humo. Estamos mudando al exterior. Copiado. Lanzando Granada de Humo. Wo ist deine Familie, Alejandro? Ich halte das Geheim, Bruder. Zu ihrem Schutz. Wir haben Tarnung. Los jetzt. Mir naso. Wir haben die Hassan versteckt. Da ist der mit Gegenwehr. Da ist der mit dem Feuer. Warte. Ich halte das Geheim, Herr. Warte. 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 Wir werden auf den Weg. Wir werden auf der Bord. Warte. 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 Das ist dann in diesem Raum. Sie schütteln den Raum. Ich gebe Deckung. Wir haben Hassan in der Enge. Rinder. Kein Hassan. An alle Viktors. Zielgebäude ist sicher. Negativ bei Hassan. Entendido. Sie müssen ihn verleckt haben. Wann? Vor kurzem. Kurz einhalten. Seine Flagge. Er war hier. Alejandros Infos waren gut. Commandante, die Armee kommt. Scheiße. Was ist los? Die Armee. Wir kriegen Verstärkung. Negativ. 0-3. Brückst du vor. Verstanden. Was sollen wir tun? Meine Männer weg. Sehen Sie sich ja. Höchst mir auf. Du meinst wir gegen die scheiß mexikanische Armee? Nicht direkt. Diese Truppen arbeiten für das Kartell. Sie helfen dem Kartell, Hassan zu beschützen. Nicht feuern. Wir versanzen uns, bis meine Männer Cesar sind. Mehrere Fahrzeuge, Truppentransporter, leicht gepansert. Nicht feuern. Lasst sie rankommen. Lasst sie rankommen. Feuer frei! Wir sind gepanzert! Die sind schwarz! Wir sind Wecker! Die Armee ist direkt hinter uns! Kopiado! Den Unterbecks! Den Rügel drunter! Wir schütteln uns in den Bergen ab! Haus schwärmen und in der Armee bleiben! Die Armee hat uns! Die Armee hat uns! Boah, viele! Wo würdest du gefreut und in der Armee bleiben? Die Armee hat uns! Verliegen! Denk um, denk um! Die Armee hat uns! Ja, wie dann? Wo wurdest du getroffen? Oder kein Panzer? Alles gut! Scheiße! Scheiße, es hat ja nicht! Die Granaten ist raus! Alles gesichert! Vorerst! Wir müssen weiter! Los! Kennst du diese Pfade? Sehr gut! Aber die Armee auch! Wir können keine Armee aufhalten! Wir brauchen eine Evakuierung! Bedinget! Evakuierung anfordern! Kontakt! Sieh, Kommandant! Sieh, Kommandant! Sieh, Kommandant! Sieh, Kommandant! Sieh, Kommandant! Los, los! Geht ihr durch diese Fenster! ... Sieh, Koronel! Wir sind nicht dabei! Da ist ein BAU Was? Bitte bestätigen! Feuer! Wir kommen noch mehr! Weiter! Ist sowas von der Zulfo gehört? Nein! Kein Funkkontakt! Gut da! Dann weiter! Viel gut! Die Berge blockieren in der Zufu! Hoffen wir es! Wie lautet der Plan? Kontakt! Raketenwaffe! Armee auf der Kammlinie! Wie geht die Kammlinie? Kass! Kass! Kass auf der Kammlinie! Wenig Munition! Wenig Munition! Was ist denn da? Was ist denn da? Jemand getroffen? Negativ! Wir können weiter! Versannen! Summieren! Wir müssen wir springen! Schaffen wir das? Wenn nichts helfen wir den Mann! Pitschkavron ist denn nicht weit weg! Wohin jetzt Alejandro? Da der Vorsprung! Es gibt einen Weg dem Berg hinauf! Da die Gels! Vom Signal? Negativo! Gefunden! Es gut so! Hört ihr das? Da kommt ein Heli! Si! Sucht euch eine Schussposition! Wir wollen das entzogen! Wo geht die Stopbrücke? Geradeaus findet der Helikopter! Sie wollen unser Make-up schneiden! Wir müssen an ihn vorbei! Weg weiter! once, auf mehr! Weg weiter! 1 Der Funk kam nicht an. Wir funken, wenn wir da unten sind. Da lang. Springen runter. Diese Klippen sind gefährlich. Du kennst den Weg. Haben damals die Schule geschwänzt. Und hier drin steht. Bis die Kartelle gekommen sind. Ja, die Narcos haben alles verändert. Scharfschütze! Bewegung! Verdammt guter Schuss, Kumpel. Die Armee verfolgt uns immer noch. Wir werden Boden gut machen. Du hast uns in eine Sackgasse geführt! Wir springen von hier! Verliere deine Waffe nicht! Alles okay, Hermanus? Positiv. Sob! Atme noch. Den Fluss runter zur Brücke. Die Felsen als Deckung nutzen. An alle Einheiten. Hier, Victor, 0-1. Freut mich jemand? 0-1. Hören Sie! Das Funkgerät empfängt wird! Das Funkgerät empfängt wird! Kommen Sie! Feuer frei! Hör hoch! Ein weitergerät! Hör auf den Fluss auf dem Land! Hör auf den Fluss hin! Das ist die Spiele! Da sind die Fluss auf dem Land! Hör auf dem Fluss. Und die Fluss? Ich schобщеe! Der Fluss entlang. Los! Der Fluss bremst uns Kumpel. Feindversorgung! Wir müssen nicht hierbleiben und evakuieren. Gegen diese Panzerung richten wir einen Scheiß aus! Hier ist Shadow 1. Greifen die Brücke nördlich über die Position an. Nachfeuer! Hör zu verletzern! Commander Quake, Shadow complete! Sie gehört zu uns! Shadow 1. Bravo-Nutief. Schocken Treffer! Alle Einheiten, keine Fallbewegungen registriert. Ihr seid sicher. Schön, euch zu sehen, Jungs. Gleichfalls, Kumpel. Da lang. Grace, wir haben ein Fluchtfahrzeug gefunden. Verstanden. Achtung, glücklich haben wir Hassan geortet. Zwei Kilometer nördlich eurer Position. Das ist Kartellland. Sie haben dort eine Anlage. Alle rein! Los geht's! Ich fahre! Seid ihr bereit, Hassan zu schnappen? Mit Feuerschutz von oben? Tüten wir den Mistkerl ein, Graves. Verstanden. Wir stoßen unmittelbar zum Ziel vor. Shadow 1 endet. Na los! Die Geschosse ins Rohr! Ja, Commander! Navigation! Kurs auf die Anlage! Rotter! Offizier, eine Hand auf den Knopf. Wir fangen gerade erst an. Verstanden! Pilot, Sie haben die Kontrolle. Vor Ort umkreisen Sie das Ziel und bringen uns ran. Sir! Funk, ich will General Shepard. Ich bin dabei. Shepard ist dran, Sir! Gold Eagle, hier ist Shadow 1. Hören Sie mich? Laut und deutlich, Shadow 1. Sprechen Sie. Ich musste Ihre Jungs retten. Zum Glück haben Sie Freunde ganz oben. Dafür sind Sie da. Und jetzt die gute Nachricht. Wir haben was. Zu Hassan. Sind im Anflug zur Zielposition. Wir holen uns den Bastard für ein kleines Gespräch. Das wollte ich hören. Berichten Sie, wenn Hassan im Sack ist. Alles klar. Ende. Alle Shadows herhören! Die Jungs da unten! Mexikanische Spezialeinheiten! 1-4-1! Sind jetzt eure Brüder! Sie gehören zu uns! Erledigen wir das, ja? Ja, ja! Okay! Ghost Gears, Shadow 1. Wir sind jetzt über der Anlage. Warten auf Sichtkontakt. Shadow 1, Bravo 07. Wir markieren unsere Position mit dem IR-Laser. Over. Verstanden, 07. Wie finden wir Hassan? Er wird eine bewaffnete Wache haben. Kartellschutz. Es gibt viele Verstecke. Graves bietet Luftnah-Unterstützung. Wir sichern die Gebäude. Verstanden. Markierung setzen. Shadow 1, wir sind östlich der Anlage. Die Dune ist markiert. Wasen ab. Bestätigt. TV, Verbündete sind mit IR-Laser markiert. Sichtkontakt bestätigen. Shadow 1, Bravo 07. Wir setzen IR-Markierungen. Habt ihr Sichtkontakt? Over. Sichtkontakt zu Verbündeten bestätigen. TV konzentrieren. Augen auf unsere Jungs. Sicht bestätigt. 07, Markierung bestätigt. Shadow 1, Achtung. Hassan ist mit einer bewaffneten Wache unterwegs. Ihr deckt außen. Wir sichern die Gebäude. Verstanden? 07, verstanden. Bewaffnete Wache. Wir sichern das Gebiet, damit ihr rein könnt. Bereithalten. Verstanden. TV, scanne nach Zielen mit einer bewaffneten Wache. Finden wir diesen Mistkerl. Zivilisten in der Gegend. Nicht schießen. Shadow 1, ein Truck, verlässt die Stelle und fährt nach Westen. Bestätigt. TV, verfolgt das Fahrzeug. Bestätigt. Verfolge ihn. Der Truck bewegt sich jetzt in südwestlicher Richtung auf dem Feldweg. Vor ihnen sind Unbekannte. Sieht nach noch mehr Bauern aus. Warte. Seht ihr irgendwelche Waffen? Negativ. Keine Waffen, keine Wachen. Verstanden. Scannt weiter. Der Truck hat gerade auf dem Weg angehalten. Shadow 1, wir haben Ziele im Gewächshaus nordwestlich von uns. Markieren jetzt. 07, keine Sicht auf das Ziel. Wie lautet der Befehl? Der Arme-Komboy holt auf. Wir gehen rein. Wenn er flieht, nehmt ihn ins Visier. Graves, grünes Licht für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07, verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Verstanden. Nur bewaffnete Einheiten. Nutzt 25 Millimeter, um Kollateralschäden zu minimieren. Die Lera, Brüse daher an die Basten im Gebiet. Treffer. Treffer. Vermitteldoss! Nicht auf die Gebäude feuern. Bindes Licht für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07, verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Bindes Licht für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07, verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Zähne überprüchen. Zivilisten im Gebiet. Steifern! Steifern! Haben wir noch weitere Einheiten in der Gegend? Keine Aktivität. 07, alle sichtbaren Ziele ausgeschaltet. Over. Shadow 1 bestätigt. Wir sichern zuerst die Stelle. Markieren jetzt. Ziel erfasst. 07, Markierung bestätigt. Grünes Licht. Weiter. Shadow 1, wir bewegen uns jetzt. Wenn das Ziel abhaut, sagt uns Bescheid. Shadow 1 bestätigt. Soap, sichere die rechte Seite. Vorstoß. Wachen Sie, wachen Sie! Wir sind in der Historie aus der Salma. Icox, der Futter. Auf Flüchtiger achten. Unbekannte kommen gerade aus den Stellen. Gerne nach Klasse. Da unten sind eine Frau und ein Kind. Nicht schütteln. Nicht kontakt. Negativ. Verwaffnete Einheiten. Feind getroffen. Roger, Feuer von Zivilisten fernhalten. Waves, negativ für Hassan. Bereich ist trocken. Mehrere Fahrzeuge nähern sich von Süden. Feindliche Truppen bewegen sich auf die Stelle zu. Ghost verstanden. Ihr müsst aus dem Gebäude laufen. Geht nach Norden. Roger. Waves, bitte raus. Macht das Gebäude... Unbekannte kommen gerade aus den Stellen. Gerne nach Klasse. Verwaffnete Einheiten. Unbekannte kommen gerade aus den Stellen. Gerne nach Klasse. Verwaffnete Einheiten. Hast du Sichtkontakt? Negativ. Verwaffnete Einheiten. Feind getroffen. Feuer von Zivilisten fernhalten. Negativ für Hassan. Bereich ist trocken. Mehrere Fahrzeuge nähern sich von Süden. Feindliche Truppen bewegen sich auf die Stelle zu. Ghost verstanden. Ihr müsst auf dem Gebäude laufen. Geht nach Norden. Roger. Unterwegs. Braves, wir sind raus. Macht das Gebäude flach. Jetzt! 07 verstanden. Nahfeuer. TV, grünes Licht für 50 Millimeter. Weitere Truppen im Gewächshaus. An alle Einheiten. Bewaffnete im Gewächshaus. Kontakt! Nicht schießen! Hassan könnte denn sein! Gewächshaus. An alle Einheiten. Bewaffnete im Gewächshaus. Kontakt! Nicht schießen! Hassan könnte drin sein! TV, hast du Sichtkontakt ins Gebäude? Bestätigt. Sekunde. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Anscheinend nur bewaffnete Einheiten. Ghost, halt deine Leute zurück. Greifen das Gewächshaus an. Verstanden. TV, Freigabe, das Gewächshaus klapp zu machen. Wende gestotten. Shadow 1, guter Treffer aufs Ziel. Wir rücken vor. Roger 07. Wir sind am Arsch. Alles scheiße. Wo steckt der Wächser? Er muss in Randa geschehen. Shadow 1, wann trifft dieser Konvoi ein? 07, Konvoi ist 6 Kilometer entfernt. Beeilt euch und sichert Exfiltration. Ich kontaktiere Rosolfo. Macht das. Graves, bereiten Exfiltration vor. Achtung, die Anlage ist unser letztes Ziel. Bestätigen. Bewegungen der Anlage. 07, bestätigt. Position halten, bis wir das Gebiet gesichert haben. Shadow 1, Truppenkontakt. Rakete mehr fährt. Rechwein, die Anlage. Shadow 1, Ziele sind beim Wasserturm. Nicht pfeifen, nicht pfeifen. Die Wien verbündete und zerbringt auf die Gebäude. Hä? Äh, schießen denn wir, wie ein Geschwissen? Du musst in Randa geschehen. Shadow 1, wann trifft dieser Konvoi ein. 07, Konvoi ist 6 Kilometer entfernt. Beeilt euch und sichert Exfiltration. Ich kontaktiere Rosolfo. Macht das. Graves, bereiten Exfiltration vor. Achtung, die Anlage ist unser letztes Ziel. Bestätigen. 07, bestätigt. Position halten, bis wir das... Nicht auf die Gebäudefeuer. Roger. Bewegungen der Anlage. Shadow 1, Truppenkontakt. Verge der Wärme. Verge der Wärme. 01, Ziele sind beim Wasserturm. Die Wien verbündete unter Beschluss. Stelle Sichtkontakt her. Mann am Boden. Den Wasserturm zerstört. Eure Wärme. Aus dem Wasserturm schießen. Aus dem Wasserturm schießen. Aus dem Wasserturm schießen. Wem geht's gut? Die Kugel schlägt den Panzer. Bestätigt. 1A Luftunterstützung. Verstanden, 07. Achtung, bis zur Anlage ist der Weg frei, aber das Tor ist versperrt. Verstanden. Verschafft uns Zugang, ja? Wir machen euch die Tür auf. Sekunde. Keine Wirkung. Schieß mit einer Rakete oder nehm 40 Millimeter aus das Tor. Die W schießt mit einer Rakete oder 40 Millimeter aus das Tor. Boom. Gut, dann Treffer aus. Los, Tür ist offen. Ihr könnt weiter. Verstanden, rücken vor. Getroffen. Los, keine Bewegung registriert. Verstanden, wir rücken jetzt zum Eingang vor.